Wir sind vom Spring aus. Die Zwischenzeit kämpfen wir an. Die Tiefe Position. Fahre ab. Mängel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fahre ab. Das Entscheidende ist, du fahre ab. Die Hand auf den Partner zu. Kompression. Die Kompression drückt uns auf den Rückplatz. Wir können dann noch weiter tanzen. Nicht zu hoch gehen. Versucht man zu instabil. Und ich muss unbedingt verhindern, dass die Legen trippelt. Dafür die Tiefe Position. Rück, Platz, runter. Fahre ab.